Ich kann's heimisch gerade in der Haare. Aber in der Haare nicht fach! Hey! Bist du das? Achso, achso. Warte mal. Das ist voll gut. Ey, damit geht's aber jetzt nicht mehr. Kaum! Das darfst du nie wieder machen wollen. Das hat sich das jetzt nicht ausgemacht, ne? Geh auf! Geh auf! Sie hat das in den Haaren gemacht!